Hallo Leute, Bartel hier vom YouTube-Kanal Dunkelschild. Ich muss mich entschuldigen, beim letzten Messer-des-Monats-Video, das ist mittlerweile schon wieder offline genommen, ist mir ein Fehler unterlaufen, es ging um das LT-Ride GNS, Go, No Show. Da hat mein Spickzettel einfach andere Sachen gesagt, als das Messer tatsächlich hatte, da habe ich einfach was vertauscht. Danke für den User, der mich darauf hingewiesen hat. Ich werde das Review nochmal neu machen. Einfach weil viel von dem, was ich da erzählt habe, einfach nicht gestimmt hat. Ein bisschen was hat zufällig gepasst. Aber da habe ich es einfach versaubeutelt, da habe ich mich einfach falsch vorbereitet, hatte im Prinzip den falschen Spickzettel zur Hand. Damit haben die technischen Daten, was ich so erzählt habe, nicht zum Messer gepasst. Ist natürlich blöd. Wie gesagt, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ja, und dann bis demnächst. Und dann werde ich euch das LT-Ride GNS nochmal richtig vorstellen, mit Gewicht, mit Maßen, richtige Material, richtige Schliffformen. Genau. Danke dafür. Bis demnächst. Tschüss.